meine damen und herren 8 uhr 37 wir sind in der big number 13.00 907 und vorbürstlich 8 uhr 37 und wo liegen unsere marken wir haben einmal hier oben zielmarke 50 beim zweiten trade und auch hier die 50er zone jetzt sind wir schon im zweiten untergeben wir auch auf angepasst zweiter trade angepasst in der big number im zweiten trade 8 46 wir sehen wir sind leicht im gewinn wollen auf die 50er zone ja hinlaufen 76 punkte ist dann unser minimal ziel so wir sind raus aus dem trade das war der eröffnung straight heute wieder live mit schnitt es ist montag 14 märz 8 uhr 48 den youtube dann wünsche ich dann einen guten start in die neue handelswoche wir machen jetzt im live trading raum weiter wir zählen einmal die big number 13 9 und fokussieren uns gleich auf die 13 8 eventuell also dann bis morgen nach dem trading ist vor dem trading ihr wisst bin ich sehr kaffee durstig aber ich habe einen auftrag der regisseur sagt ich darf nicht kaffee holen bevor ich nicht euch motiviert habe unseren kanal zu abonnieren und natürlich uns zu leiten also habt ihr bar mit mir wünsche euch